Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut gerne in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Drachenreiterhavenen Frostland Überflug. Die spielt sich ab im Azublauen Gebirge, an dieser Position, also sie startet hier. Ich bin an dieser Position und begibt mich mal in diese Richtung. Wie es aussieht, muss man hier hoch. Und hier ist der NPC, der diese Weltquest startet. Von der Zeithüterin. Ich nehme nochmal die Map und mal schauen, wie wir hier fliegen müssen. So, angequatscht. Und dann müssen wir uns hier nach unten stürzen und dann gleich scharf links. Ich habe mal Vorwärtsschub genutzt, um ein bisschen Tempo zu bekommen. Nochmal. Und jetzt sollte das meiste von alleine funktionieren. Ui, hier werden wir beschleunigt. Vorsichtig, gleich nach rechts lenken. Nochmal Beschleunigung durch diese Wirbel. Links. Durchfliegen. So. Warum? Oh mein Gott, ich bin am Ast hängen geblieben. Also da müsst ihr ein bisschen den Ästen ausweichen. Boah, zum Glück hatte ich genug geladen. Für die Weltquest ist die Zeit normalerweise total egal. Ihr seht, da sind ganz fiese Äste auf dem Weg. Wow, scharf rechts. Dann links. Dann wieder nach rechts. Wieder scharf links. Links. Äh, links. Wow, das ist voll verwinkelt. Und hier werden wir wieder beschleunigt. Also ich habe in der Zwischenzeit immer wieder Vorwärtsschub genutzt. Ansonsten wäre ich nicht weitergekommen. Wir bekommen durch die Wirbel eine Beschleunigung. Und ich glaube, jetzt ist fast Schluss. Jawohl. Weltquest abgeschlossen. Also ihr habt gesehen, an der einen Stelle, wir haben diese Äste voll fies platziert. Ich hoffe, dennoch mein Video konnte euch helfen, diese Weltquest abzuschließen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschau. Tschau.